Hallihallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Sekiro Shadows Die Twice. Ich muss gestehen, ich habe absolut keine Nerven jetzt den Habara noch einmal zu machen, also den Boss oben. Wir schauen uns mal ein bisschen so um, schauen uns die anderen Wege an. Es geht ja theoretisch dann auch nach links auch weiter und vor die Burg und so weiter. Ja, ich mag mich einfach mal ein bisschen umschauen, vielleicht schaffe ich es noch den einen oder anderen Skillpunkt zu holen. Und dann gehen wir wieder zu dem Heizy da oben. Aber auch wenn ich da genauso sterben werde, ich brauche mal wieder ein bisschen was anderes. Dann schauen wir mal da nach links. Okay. so erstens mal schade es nicht so nicht mal wieder ein bisschen Geld fahren da unten klettern nicht so schön ich werde das so bereuen was ich gerade tue so 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 Ja. Aber das ist doch das vom Anfang, oder? So. Ja, das ist hundertprozentig Was ist das vom Anfang? So. 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 Das war's für heute. Das ist aber jetzt definitiv... Ich bin mir ganz sicher, dass das Anfang ist. Das war's für heute. Okay. 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 So, okay. Okay. Das war's für heute. 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 Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay. Die finde ich auch ein bisschen sehr... ...strange. ...strange. Das war's für heute. Von der Geräusche sind schräglich. Danke schön. Okay. Und da. Hm. 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 Shhh. Ah. Yeah. Uh. Uh. Yeah. Yeah. Hm. 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 Hm! Hm. Das war nicht gut, das wollte ich überhaupt gar nicht. Das war nicht gut, das war nicht. Das war's für heute. so Oh, ein Tunneler. Oh, ein Tunnel. Fuck, das ist dunkel. Oh, ein Tunnel. Oh, ein Tunnel. Oh, das macht mich aber auch alles leicht nervös. Oh, yes. Oh, ein Tunnel. Oh, ein Tunnel. Gut. Das schaut nach absolut nichts aus, wo ich jetzt hin möchte. Auch. Und egal was es ist. Es bleibt dort mal, wo es hingehört. Da brauche ich auch noch nicht weiter. Hier ist auch. Dann gehen wir hier vorerst auch mal wieder raus. Gut. Talschböhre, was ist das? Was ist das? Oh, das ist das? Oh, das ist das? Oh, das ist das? Oh, das ist das? Oh. 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 So, jetzt haben wir mal wieder einen Punkt. So, jetzt haben wir einen Punkt. Super gemacht. So, jetzt haben wir einen Punkt. 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 So, dann ist mein Geld auch wieder sicher. Also nicht ganz sicher, aber... So... 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 Groß... So... 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 So...